Hallo, 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 hier spricht Johnny Cash. Ich bin leider tot, was sich nicht mehr ändern lässt. Doch es gibt da einen, und der wird mich vertreten, sein Name Olli Schulz. Und jetzt fangt an zu beten, haudi, daudi! Du hast so lange rumgesessen, Punkrock hast du längst vergessen. Deine Rooks hast du verraten, jetzt bist du am Warten auf die nächste große Zeit, die dich zurück nach vorne treibt. Im Paradies mit Sonnenschein, was ganz Besonderes sollte schon sein. In der Nacht bliebst du lang wach, weil dich nichts mehr glücklich war. Oh, no, 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 oh, das Letzte, was dir jetzt noch hilft, wär die Akkunft Asiana. Das Letzte, was dich jetzt noch kickt, wär eine richtig gute Show, was mit Flow, was das geht, und nicht jeder gleich versteht. Schreibt dir einmal gleich, haudi, daudi! Das ist so Country-mäßig. Eins, zwei, drei! Haudi, daudi! Wuhu! Noch mal! One, two, three! Oh! Wann gibt's endlich neue Sachen, die so richtig Freude machen? Fragst du täglich den Filialeiter vom Supermarkt? Das Letzte, was dich jetzt noch kickt, wär eine richtig gute Show, was mit Flow, was mit Flow, was das geht, und nicht jeder gleich versteht. Das Letzte, was mit Flow, was mit Flow, was mit Flow, was mit Flow, die Hadespflaster, Baby, reich, den Capodaster, und ich spiel dir dann ein Lied, das dich richtig runterzieht, von dem alten Trägenmann, der leider nicht mehr anders kann, sich den ganzen Tag beschwert, sein Leben ist so leer, abgestürmt von Kopf bis Rumpf, macht er weiter ohne Grund, ganz ohne Grund. Und das Letzte, was ihm jetzt noch hilft, wär die Akkunft der Masiana. Das Letzte, was ihm jetzt noch kickt, wär eine richtig gute Show, was mit Flow, was mit Flow, was das geht, und nicht jeder, und nicht jeder, und nicht jeder. I got a feeling, that tonight gonna be a good, good night, tonight gonna be a good, good night. Dankeschön fürs Zuhören, habt einen wunderschönen Abend, tschüss. Danke fürs Zuhören, tschüss, war sehr nett, hat voll Spaß gemacht, dankeschön. Danke fürs Zuhören. Vielen Dank.